Servus Büros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test der Dragon Cracker 90 von Leslie. 25,20 Gramm NEM. Ja, wir schauen einfach mal rein. Jawohl. Und so schaut das Teil dann von innen aus. Zwei Stück sind hier sogar drin. 12,60 Gramm pro Kette. Also insgesamt waren 180 Kracher, nachdem der Dragon Cracker 90 steht, denke ich mal sind es 90 pro Kette. Ja, zünden wir einfach mal beide, hätte ich gesagt, um die Qualitätssicherung zu gewährleisten. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Testvideo. Dragon Cracker 90 von Leslie. Los geht's mit Nummer 1. Wahnsinnige Brennzeit. So gefällt mir das. So muss ein Kneichere sein. Und Nummer 2 hinterher. Wahnsinnig geile Teile. So und nicht anders müssen Kneicherten von der Brennzeit sein, finde ich. Richtig, richtig, richtig schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut. Da geht's. 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 Vielen Dank.